und jetzt geht es los der schiedsrichter bei die ersten 45 minuten an die gelegenheit für die flanke dem kleindienst den ball hält er gut super dieses zuspiel das tor volle genommen ganz starke szene wir sehen hier noch mal die wiederholung dieser aktion erst das wirklich gelungene schöne kurz passspiel und dann macht das stark unwiderstehlich abwehr chancenlos obwohl sie dicht dran sind also spitze gemacht ball läuft gut sehen wir ja auch und das ist ja immer wieder der fall heute ja machen sie klasse ist ganz sicher eine ihrer großen stärken wird das die entscheidung er hält diesen ball sensationell wenn sie nach dieser ecke treffen haben sie denn sie ganz sicher in der tasche das spiel ist aus die gastgeber gewinnen also diese partie knapper sieg am ende ein enges ligaspiel und man merkt ja auch sie atmen durch das hätte durchaus anders ausgehen können und das wissen ein gutes spiel von ihm heute kann man nicht anders sagen bis zum nächsten mal